Danke fürs Einschalten zum heutigen Video des Redmi Note 7 Pro hier im Videotest von uns vom CCT Shop. Die Auflösung mit 4K, 30 Frames per Second eingestellt. Das Note 7 Pro hier ja das günstigste Smartphone in unserer Top 5 Serie, neben dem Mate 20X, dem Nubia Redmagic 3, dem Z6 Pro von Lenovo sowie dem Redmi K20 Pro. Wir können hier auch zoomen während der Aufnahme. Schauen mal, der maximale Zoom liegt bei 8-fachen. Ihr seht dann hier auch im Hintergrund schon die Berge von Hongkong. Ganz schön wackelig das Ganze allerdings. Zoomen dann raus. Ab 3-fachen Zoom wird es dann auch ein bisschen stabiler. Und hier ist der normale, einfache Zoom wieder gegeben. Aha, also wie üblich Windpinkeln ist angesagt. Das Ganze jetzt auch mal tatsächlich für euch da draußen. Auf Video festgehalten in 4K mit dem Redmi Note 7 Pro. Wow, das war mir riesig. Im tijdens mit der Gertriffice. So kommen jetzt mal wieder. Wow, das habe ich mir leid. So kommen jetzt mal wieder. Wow, es ist mir leid, so leid. Wow, es ist mir leid, ich bin leid. Im khi keeps LEDs von der Gertriffice. Untertitelung des ZDF, 2020